Hallo, heute spielen wir wieder Bad Wars mit dem Tobias, mit dem guten alten Tobias. Und wir haben heute noch den guten alten Karl, ja den Karl, natürlich Gary die Nacktschnecke, die spielen wir jetzt. Gary, ähm, warte mal. Gary ist eigentlich, von Spawnsport ist Gary eigentlich nicht eine Nacktschnecke, oder? Ist ja so eine Schnecke mit Haus, aber keine Nacktschnecke, oder? Lul, ein Spieler wurde aus deinem Team entfernt wegen Hacking, Lul. Ich mach' ich in die Mitte, Tobias wollte ich noch nicht machen, oder? Das bin ich, das passt schon. Wenn du Emeralds holst und dann, dass wir hier einbauen und so, weißt du? Oh, oh, gelb. Ich geh' gelb. Ja, okay, okay, fertig. Oder? Ne, brauch' dich doch nicht, alter Parcourmeister. Wir können auch wieder ein Parcour bauen, so wie Flohle, äh, letzte Folge. Weißt du, was los ist? What the heck? Hallo? Ja, hallo. Kann ich mir mal aus die Schuld geben? Ne, ich konnte grad nicht. In Ordnung? Ich geh' wieder alle Teams, okay? Hä? Ich hab grad Dias verloren, ich bin so dumm. Ist grün und blau. Ist blau. Ich snack' blau. Blau ist ne Farbe, Julian. Ja, ich war als Tops. Als ein Team Tops. Ist wirklich so. Ich spiel' Bad Wars. Kein, äh, Farben zählt. Farben zählt? Äh. Mal nach Zeit. Okay, ich glaub' ich lege, oder? Ne, du leckst nicht. So. Kann sein, was so. Ach so, ich hab... Ja, ich hab' mich grad gewundert, ich konnte keinen Q drücken, weil, äh... Das Hyesn is морalders So, boh, 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 boh. Hab' ich hier Hunger, dann hab' ich da auch noch Hunger. Oh, ich hab' den Schub Rumpot, der Gelbe. Ehm, ich geh mal rüber zu Gelbe. Üh, ich geh' mal rüber zu Gelben und wo der? Das Grün, das Grün. Ich geh' Grün. Grün mit Blau. Ich staub'. Das Gelb! Das sind alle! Das sind alle! Los, los, los! Los, los! Los, los, los! Das Eis'n dropped Eis! müssen wir unterschmeißen er springt oder das nrp nrp tops mitte der blauer hat eine p weiß aber schon zurückgegangen ist ja zurückgegangen ich bin stein verkauft egal kommt man blöcke ich habe blöcke war dann wo bist du in der mitte ich gehe jetzt zurück zu gelb gerade ich komme wieder in die mitte ich auch zu gelb ich habe nicht einen spitze gelb ist abgebaut nice ist blau und damit der knoppe kriegt es sind zwei bläu in der mitte zwei bläu in der mitte ich bin ein block loch und ich bin doch keiner grün baut sich bei blau hoch grün kommt glaube ich zu uns zerstört grün tubs blau kommt wieder wow wo ist er er ist blau bei uns bitte ich lebe noch das bett zerstört ich lebe noch egal tubs das schaffen wir ich bin nicht gestorben wir leben alle noch tubs nicht pushen unser bett ist weg immer pushen so ich höre jetzt mal das und dann da verdammt so ich brauche ein eisen dann habe ich eine spielzeuge her so welches team gehen wir tubs äh ich würde sagen enderpeller oder das enderpeller grün hat außen mit voller eingebaut lass uns in die mitte gehen gucken dass wir die mitte äh zuerst mal hinlaufen und zurücklaufen also dass wir jetzt unsere ressourcen äh ja lass mal irgendwie safe spielen und warten bis andere zu uns kommen hast du schon eisenrüstung ne ja dann mach das du stirbst du uns für schnell ne ja doch gehören wenn du keine eisen das blaue das blaue das blaue das blaue ja der hat 24 geben hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir nice geh zurück geh zurück geh zurück hast du da ich hab eins markt ich hab eins markt hast du auch einen nein willst du aber die rüstung sparen warte mal ja doch doch die rüstung so ja oder so ich hab's in die kisse gelegt ja schon wieder blau zeit blau zeit blau zeit blau zeit blau zeit blau ich komm schon ich komm schon sehr oben praktisch er kommt zurück ich crafte gleich einen feuerball so feuerbälle äh so äh das blau ich hab Feuerball aber da kommen wir nicht rüber trauen sich nicht ich bohren noch ein bisschen gold ich brauch noch eine eisenrüstung du brauchst ne nase du bist der zeit brauchen wir brauchen aber ah doch hier wieder in der mitte tubs lass uns mal zu grün gehen lass uns mal zu grün gehen grün wird gepusht ja lass mal rüber gehen mit enderpeller ist relativ safer ja das ist mir egal lass uns jetzt einfach rüber gehen blau ist grün blau ist begrün du bist derjenige ich habe einen abgeschäupt ja darüber grün steht doch alleine da ein grüner zu ich bin bei grün genau bei grün ich komme jetzt rüber zu grünen ja der verfolgt mich ich hab kein dings mehr ich kann wieder von ich gehe vorhin nicht definieren oder der andere typ auch der jump und run da wird das überlebt er steht für feuer steht vom feuer der typ grüne gerade ich komme ich kommen ist bett down ja habe ich das ist 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 noch 2 200 grünen wir können das echt schaffen ja so warte 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 ich brauche noch eine rüstung das ist noch bis gold ein gold hier jemanden habe ich auch jemanden habe ich auch weil ich kaufte ich kaufte sich ja ich habe schon ich habe schon heute machen wir mal schärfe rein ich habe ich habe mir kompass geschlagen nach was alles verpackt egal paar stunden ich hoffe ich kaufe zwei feuerbälle passiv zwei feuerbälle damit hast du was heißt also ich habe sieben die färste jürgen 7 7 6 habe ich meine ich jetzt haben wir uns das schärfe ist auch ein bisschen gold ich brauche noch viel gold für ein einsenschwert weil es heißt ein eis ja ja ich habe eine idee hast du das kann er gerne probieren das ist schon mal weg ich habe vier feuerbälle tubs er ist in ordnung aber wir werden tnt benutzen ok ok mit leitern lol rein oder kuh ja das unterschätzen die leute oh mein gott ich war fast runtergeflogen das ist für ein weg hier bitte ich kann den einen runter hauen ich hau den einen oder alle mal ich habe ein paar runter gehabt ich habe einen einer packt da ist es tot ein tubs hast du spät na ruhig nein hast du spät nein oh gott schau hinzu ja das ist das doofe hilfe ja warte ich habe acht diamonds wow ok ok das ist halt so jetzt oder nie blöde gerade ein bisschen auf rückmach was du machst du machst du machst du machst du machst du es geht mir fehlen noch zwei tubs 300 kuh seit 300 kuh denn was ich habe ja gerade nicht so geguckt hier unten ja auch der typ man kann auch mit dem schild ab wenn man drauf nein das ist jürgen das darfst du gar nicht machen das ist die falsche version mit der du spielst das packt rum ok das ist das dümmste was du machen kannst wenn du weil das ding ist nämlich das ist einfach nur ein plugin womit du die mit du mit den neuesten versionen spielen kannst ich kann dir auch nicht mehr helfen ich kenne den moralischen beistand wenn du jetzt ein paar feuerbälle schmeißen könntest das würde helfen nein wie kann ich schlagen der drensch der drensch warte kurz nice äh jetzt hast du mal ein bisschen Zeit äh das ding ist die haben die haben full obsidian glaube ich ja ich glaube ich kann es probieren ich war dann soll ich tubs wenn wir jetzt einfach runterfällt probier es auch muss ja auch kommt rüber kommt rüber nee 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 jürgen kannst du zurück jürgen geht zurück geht zurück zu geht zurück zu grün lauf zurück und guck das so dass du vielleicht die zeit absitzt bis der im bett auch abgebaut ist vielleicht kannst du die dann auch holen weil so hast du keine chance gerade ja so äh blau kommt hinterlich ich weiß hinter mir oder einer von den blauen hat verlassen der ist hinter dir ich weiß ich weiß was muss schnell 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 Feuerball das geht nicht jetzt geht nicht los geht nicht mal aus der kommt der kommt nee okay 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 äh direkt noch ein Feuerball er kommt zu dir er kommt zu dir rüber er kommt zu dir ne der sammelt jetzt wieder das Markter er ist eine unsichtbar oder direkt vor mir irgendwo ich war nicht easy oh mein Gott das sind der war unsichtbar der war unsichtbar ja ich habe nur den block sehen in der hand ja das sind dann die 200 die kuhspieler so herrungspool ich bin überhaupt Julian bei grün bei grün bei grün so bam geht zurück genau geht zurück über unseren für uns allerdings kommt es dann geht darüber über grün oder so doch 30 maragde irgendwie tipp 2 so der blaue geht auch wieder rüber wow okay mein internet ist so ich glaube ich nehme eine Perle einfach was hat der für eine range oh mein Gott das ist ein jump run ja ich bin tot einer davon hat die übelste range der hat nicht aus elf blöcken oder so entfernt pass auf Jörn da kommt einer Jörn pass auf er kommt nein stirb oh mein Gott der hat auch die übelste range gibt ja ich glaube das wäre der der bei mir war oh das ist noch einer da kommt noch einer Jörn oh ne ich hab keine Enderpelle warte ich auch schneller bitte lass irgendwas drin was an bitte die kommen zu zweit auf dich die kommen zu pushen dich die pushen dich pushen dich los komm mal weg komm mal weg los 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 ne gold abgeholt oder ne lauf weg lauf weg Hilfe da will ich gleich runterhauen spring mal rüber aufs da ja oh RIP wie viel Kills hab ich gemacht äh ich bin zweiter Kilo ich hab 13 Kills ok ja nice so lasst ein like und ein abo dafür mehr Minecraft Battle Wars mit dem Topst oder so und ja lasst ein abo ein like da und ciao ciao